Hallöle und guten Tag hat er gesagt, ja wie ihr seht, wir sind Ciri und haben noch Hörnleber zu tun, weil diese Huan-Suns haben ganz schön einen drauf. Kreist euch zusammen, Jungs! Jetzt komm, den einen kriegen wir noch. Ja, komm, komm her, hier. Oh! Der hat mich trotzdem erwischt, ne? Man muss das schneller machen, auf jeden Fall. So, Streitkolben, eigentlich ist das scheißegal, was wir einsammeln, wir haben immer nur noch Teleportation, also hier den Blitzangriff. Und aber das Leben fühlt sich ja wenigstens schneller auf. Ich will speichern. Ich will aber speichern. Ey, warum kann ich denn nicht speichern, ey? Was glaubst du, wer du bist? Kreist euch zusammen, Jungs! Okay. Du, du Schwarz! Na ja, easy peasy. Boah, ne ganze Sch... Oh, Mann, ey! Mann, macht die Schaden, ne? Die hat das richtig drauf. Mit der zu kämpfen macht irgendwie Spaß, man muss sich übelst dran gewöhnen, ne? Wegen, äh... Wegen Geralt-Ebenheit, ne? Weil man sonst immer nur Geralt hat. Aber halt, macht schon echt Feds, ne? Oh Mann, da sind aber viele. Oh Mann, ey! Das ist ja richtig... Meine Fresse, ne? Die schleichen sich ja gar nicht an. Oh Mann, da sind wir zusammen, Jungs! Komm schon! Komm schon, komm hier! Komm schon! Einen Arm weniger. Tschüss. Oh. Dass man ab und zu was abkriegt. Oh, ich brauche Leben. Leben, Leben. Ganz viel Leben. Oh Mann, das war knapp. Komm schon. Mann, haben hier viele geschlachtet hier. Da kommt ja wieder einer. IHN besonders, Alter. Ich bin eine Dame, ey. Komm schon. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Boah, echt viel Leben, ne? Wo kommt er denn her? Ah, das kann sie nicht. Wenn eine Kante im Weg ist, okay. Oh, mit Gerhard werdet auch los, die wohnen, wa? Oh Mann, ey. Einfach so eine Massenmorderei, ey. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, fast tot. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ah, wenn ich diese Stellung mache. Wie sollen wir das schaffen, ey? War das richtig geil? Aber es sind voll viele, ey. Um sind es zu übertrieben viele. Was denn? Was denn? Habt ihr mitgekriegt, die Katze? Was ist denn, Oskar? Was denn? Bin ich zu laut, oder was? Den schlafen woanders, du Pflaume. Hm? Den schlafen woanders. Was hast du denn? Das ist mit ihm. Oskar ist hier voll am Brönen. Soll ich mal zeigen? Hier ist er wieder dabei. Der freut sich wieder. Naja, jetzt ist er hier am Kuscheln. Oskar! Ja, was denn? Ist der bescheuert? Der war ja erstmal übelst ein Konzert, ey. Den geht auch woanders hin, wenn der zu laut ist. Oh. Oh, ich wollte schon sagen, ey. Da stirbt man gleich am Anfang, oder was, ne? Ich würde ja gerne, aber die hat ja auch nichts, ne? Wir können ja nichts machen, hier. Auch kein Leben, uns irgendwie einpfeifen. Wir haben kein Inventar, was wir hier nutzen können, ne? Oh, jetzt können wir mal speichern. Warum konnte ich das vorhin nicht? Total unfair. Ich weiß auch nicht, ob das so gut ist, wenn wir hier überall gleich reinrennen. Ich würde einfach sagen, wir machen hier den hier. Los, auf geht! Schlag dich! Töte dich! Okay, wir müssen aber ständig in Bewegung bleiben. Besonders, wir müssen abhauen, wenn es zu viele wären. Oh, Mann, ey. Die kleine Berserkerin, ey. Guckst du dir an, ey? Ich glaube, das Gefühl, dass es ein bisschen besser läuft, ne? Wieso immer ihn, ey? Oh, Mann, fast gut. Okay. Nur ein bisschen Leben holen, okay? Was macht sie? Sie will nicht. Okay, komm. Eins, zwei... Wenn los, wenn los, kein Problem. Wieso immer ihn? Ich bin... Die hat doch Brüste, ja. Hat sie. Okay. Ordentlich welche weniger. Schade, dass man hier nicht... Irgendwas hängt hier. Da hängt er in der Luft. Ein Seil. Überall Seile. Du bist so gut wie tot. Alter, da sind ja wieder so viele. Ich will alle umbringen, ey. Das ist der übelste Kampf, ey. Und das lief so gut, ey. Warum war ich jetzt so überdreht? Oh, nein. Jetzt bin ich einfach runtergefallen. Ich weiß, bestimmt muss man einfach nur durchrennen. Das ist so. Aber ich will alle töten. Und ich glaube, das geht auch. Das ist möglich. Das ist die übelste Kampf-Action, ey. Meine Fresse. Besonders die Schilder. Also, die wären das alles nur ganz normale. Glaube ich. Wird das easy. Easy peasy würden wir das machen. Aber dadurch, dass wir so eine Schild-Idioten da haben und diese Schießer, also hier die Armbrust schützen, die Schießer, ist das echt ein bisschen viel, würde ich sagen. Ich würde gerne irgendwie so Blitze schießen oder so. Die würde ja auch eine andere Spezialfähigkeit haben. Würde ich gerne alle haben. Alle Fähigkeiten. Okay. Komm, Mäuschen. Flieh zur Tempelinsel. Okay, ey. Das ist direkt am Anfang gleich tot, ey. Okay. So, okay. Okay. Hat die einen denn auch noch Treffen, ne? Tönen ihn! Nein! Warum denn? Oh, was soll denn diese Scheiße, ey? Oh. Ey, das wird ein Dauerstermen, ne? Aber es ist ein geiles Dauerstermen. Das macht aber auch echt Spaß. Mir ist das ja... Klar, man will natürlich überleben, ne? Das ist natürlich klar, ne? Aber dieses Kämpfen macht mir auch einfach Freude. Und... Aber diese Schießer machen mir gar keine Freude. Ich weiß gar nicht, davor war die irgendwie besser, wenn ich so ein bisschen durchgerannt bin. Aber die kriegt natürlich auch ordentlich eins drauf, ne? Naja, die hat ja auch nur diesen... Diese Fetzen, die ja die Brüste einhüllt an. Die hat ja keine Rüstung an, oder sowas. Stellt euch mal vor, ich hätte Rüstung. Dann wäre ich aber hier am Mr. Universum. Aber hundertprozentig. Davon kannst du ausgehen. Mann, 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 Mann. Ich würde gerne so viel machen. Mal eine Abkürzung nehmen, ne? Ich würde gerne so viel machen. Ich weiß gar nicht, wo ich bin, ne? Irgendwo fliegen wir hier rum, ey. Nein! Oh, weil denn die Scheiß-Ecke war. Oh, ich raste aus. Das lief doch so gut. Ich war so hochkonzentriert. Wegen dieser Scheiß-Ecke, ne? Wollte ich jetzt zu übermütig? Mann, ich war doch mittendrin, statt nur dabei. Meine Fresse! Wie kann man denn nur diese Ecke, dass die da nicht durch kann, oder sowas. Die ist denn denn schon so eine Schattenform? Reines Blut. Das sehe ich, ey. Die ist so rein, dass die überall hängen bleibt, ey. Die ist ja wohl ein bisschen hängen geblieben. Boah. Mietchen. Mach mich nicht sauer. Komm schon, eine Aufnahme ist gleich vorbei. Ich würde diesen Kampf noch schaffen. Mist, ich kann ja nicht eine ganze Aufnahme für einen Kampf brauchen. Doch, kann ich schon. Aber, ey, Mist. Mann, es muss mehr geben. Ich muss mehr schaffen. Und dann geht ja immer 300 Jahre, ne? Ja, mach jetzt hier. Ja, mach jetzt hier. Ja, mach jetzt hier. Okay. Okay. Ihr blöden Scheiß-Idiot, ne? Guck dir ja. Also, vorbei wären wir ja schon, ne? Man kann jetzt nicht speichern. Wann kann ich denn speichern? Jetzt kann ich speichern. Cool. Wir haben ein paar Platt hier gemacht. Äck, wir alle platt machen. Kommen wir jetzt hier ein paar. Wann? Auw. ogni sieh. away, ganz gut. Ja, weiß. Wo? Quelle sind, werden wir auch hier eine? Wo? heftig viele schon weggenietet ne du du schwanz du schwanz Was ist das? Wir haben jetzt schon mal ein Winninger. ich weiß nicht ob der weniger wäre ja 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 Komm schon So viele sind hier gar nicht mehr, wa? Oh, doch Nein, das sind voll viele hier noch Man kriegt die nicht platt, ne? Ich hab's jetzt, glaub ich, kapiert Man kriegt die einfach nicht platt Das ist vorbei Das ist die Spawn einfach immer wieder Aber wir haben's probiert Und wir haben, glaub ich, gefühlt 100 umgebracht Also jetzt die Runde nicht alle Runden zusammen Sondern einfach nur die Runde Garantiert 100 weggenietet 100%ig Alter Puh Aber heftig geil Ich weiß gar nicht, ob wir mit Gerhard so viel schaffen könnten Erinnert mich so ein bisschen so auf Mordor Schatten Dass man auch so viele mit diesen Bam, 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 blocken und Tassen nicht gesehen Obwohl wir hier schlecht blocken können Ähm Aber War schon, war schon heftig Wir machen hier oben einfach mal weiter Weil die sind ja da unten eigentlich beschäftigt Viele kommen nicht mehr Moin Katze Das macht nichts Ihr wisst schon, dass ihr keine Chance habt Einfach keine Chance, ne? Kommen die alle hinterher, oder was? Ich weiß nicht Ich kämpfe ja echt gerne mit der, aber Ja, die kommen Die kommen irgendwo nach, ne? Ah, wir müssen nach oben durch Guck mal, wie die alle einfach nur nachkommen, ne? Ja, die Katze Das fällt uns auch auf, ne? Vom Kumpel erschossen, ey Vom besten Freund sogar Oh, du Drecksauer Also fliehen ist gar kein Also so schwer ist das jetzt nicht, ne? Naja, machen wir ruhig Ihr könnt es ja probieren Aber macht ja echt keinen Sinn Ich würde jetzt das eigentlich nur noch fertig machen Warum, ne? Es ist ein Pferd hier Es muss sein Wir sind fast da Ey, weiß ich nicht, was meine Katze die ganze Zeit hier hat, aber Heftig, ne? Die, Alter, heftig, heftig Was mautzt du denn die ganze Zeit? Sie wollen zum Platz Hierher Waffe 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 Ein Heiliger Ciao So habe ich auch gekämpft Also nicht Das Sporn hat uns echt geholfen, ey Wehe, 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 wehe Er hat der Hexe geholt Okay, das war's, ja Was für ein Abenteuer Eben noch ziehen wir den Raub des Jahrhunderts durch Und nun sind wir Beute mit einem Haufen Jäger auf den Fersen Ja, eine großartige Geschichte Aber ich habe genug von dieser Prahlerei Komm, Sultan Wir müssen die Halblinge überzeugen, dass sie nichts gesehen haben Das ist Material für einen ganzen Balladenband Der wird weggehen wie warme Semmeln Toll Ist das alles, was dich kümmert? Über Balladen, die dabei rausspringen? Richtig so Dein Ego nimmt wohl Überhand Du wirst im Alter immer selbstsüchtiger Worum geht's hier eigentlich? Um Ciri Warum soll ich mir denn um Ciri Sorgen machen? Weißt du denn nicht, wie sie kämpft? Das Mädel kann auf sich aufpassen, glaub mir Außerdem muss sie ja wegen dieses Kästchens wiederkommen Das Ding, mit dem alles angefangen hat Kästchen? Das hier Das hast du von Hurensohn? Oh, da will Ciri aber froh sein Aber Hurensohn ist bestimmt außer sich Geht nicht mehr Hurensohn ist tot Oh, Zorn ist dir wohl auch nicht fremd Naja, ich kann nicht behaupten, dass mich sein jähes Ableben bekümmert Er hat es so sehr verdient wie seinen unvorteilhaften Spitznamen Was ist mit unserem alten Freund Sigi Reuven? Hast du den auch schon besucht? Dem geht's gut Das ist schlecht Dürfte ziemlich sauer auf mich sein Warum denn? Warum solltet ihr sauer sein, ne? Hat Ciri dir mal gesagt, was das ist? Oder wieso sie damit zu Hurensohn gegangen ist? Sie ist zu Hurensohn gegangen, weil ich sie hingebracht habe Ich hätte wissen müssen, dass das deine Idee war Was? Ihr magisches Dingsbums war kaputt Hurensohn hatte Kontakt zu den Magiern, die es reparieren konnten Außerdem brauchte sie Hilfe beim Entziffern eines Fluchs Dessen Beschwörung Weißt du noch mehr über den Fluch? Etwas Bestimmtes? Ein Detail? Irgendwas? Hm Also ich weiß die Worte Nicht dein Ernst Doch, es war elfisch Ciri hat den Spruch ständig wiederholt Sie wollte ihn sich wohl einprägen Er ging so Das sagt mir nichts Mir noch weniger Aber stimmt, kennen die jemanden, der jemand kennt und dann ist gut Sie ist mir wieder entglitten Ich war so dicht dran Sie kam aus Wehlen hierher Offenbar hat ihr da jemand geholfen Vielleicht ist sie zurückgegangen Das bezweifle ich Ich habe dort mit dem Baron gesprochen Er hat Ciri geholfen Er sagte, sie sei nach Novigrad geritten, um Yen und mich zu suchen Und Yen ist in Skellige, um nach Spuren von Ciri zu suchen Also Skellige? Skellige Ihr beiden habt jetzt genug geplappert Jetzt will ich mich endlich mit Ritterspuren unterhalten Und wenn du fertig bist, bin ich dran Wir sollten zum Rosmarin und Thymian zurückkehren Tja, ich hatte für heute wirklich genügend Aufregung Ein saftiger Braten und ein weiches Bett mit flauschigen Kissen Das habe ich mir heute verdient Hm, genau Wir haben uns doch ewig nicht gesehen und gesprochen Kommst du vorbei, wenn du in der Gegend bist? Ganz sicher Und zwar schon sehr bald Ich nehme dich beim Wort, Geralt Bis bald Und nochmal vielen Dank für heute Jetzt geht ihr einfach da zurück und dann ist gut, oder was? Kann ich ja gar nicht laufen Kann ich nicht so nachvollziehen, ne? Heftig Ja, ein bisschen überlängern, ne? Vielen Dank für's Zuschauen Wir müssen gucken, wo wir nächstes Mal weitermachen, ne? Das wird auf jeden Fall noch Äh, denke ich mal ein bisschen so wie da neben Quest Voran sein, ne? Und, äh Ja, denn irgendwann ist denn Skellige dann wirklich dran Also, vielen Dank für's Zuschauen Bis zum nächsten Mal Euer Sioni Und das war Geraldos Bye, bye